die schwarze tiefe speedrun neuer rekord mit 641 was geht ab leute ich habe mal wieder eine richtig geiles vierste online video für euch gefunden vom kanal xeno verlinke ich euch auch unten in der video beschreibung lasst da gerne ein paar follows da denn ich würde sagen der verdient ein paar mehr die gilde hatten wir doch hier letztens erst mythic die scheint groß zu sein in 4 sein und ich würde sagen wir jump mal rein selbst kronex war komplett aus dem häuschen in den kommentaren wie habt ihr das geschafft wir habt ihr das geschafft ich komme nicht drauf klar und wenn es jetzt kronex davon geschockt ist leute dann würde ich sagen gucken uns die sache mal an er zeigte eine leere inventar seite interesting gehen hier seine party mal die ganze zeit da wieso sind die immer so frage zeichnen wie strange strange mangy vielleicht haben die einfach nur geiles gier hat er eine amateuren warte mal ist das was ist denn jetzt hier ich glaube amateuren sieht vom icon anders aus oder was er da im inventar ich glaube amateuren sieht anders als ich bin mir auch nicht 100 prozent sicher egal wir gucken uns ja seinen speedrun an was so ein bisschen nervig ist ehrlich gesagt der hat ihm das video vom speedrun abgespeedet das ist so ein bisschen nervig an der geschichte sprich wir müssen es uns hier zweimal ich glaube er hat es um 50 prozent ungefähr abgespeedet egal so bisher hat er die trash bobs gekleert das glaube ich nothing special die sind hier alle what the hell is going on bruh hatten wir den hatten wir den zwischenboss in der einen reaction überhaupt ach so das war so eine cutscene oder sowas ich war gerade so wait what the hell is das boss bruh weil die sind alle so ready kommen wir müssen den speedrun machen das schnelle heute schnelle alter verweiterung mal die die hände die mobs als wäre es nach wenn als wäre es cornflakes alte die snacken die mobs weg yummy yummy bisher muss ich sagen dass mir noch nichts außergewöhnliches von der industanz aufgefallen ich habe mir ein paar videos von den black deeps von der schwarzen tiefe angeschaut und also den speedrun effekt sozusagen habe ich jetzt noch nicht mehr vielleicht haben die einfach nur besseres gear was haben die denn drei gladys ein mage ein clary es könnte sein dass die halt extrem gut sind im gladys low hp am leben halten weil gladys machen halt mehr damage wenn die low hp sind deswegen sind viele in schleimkaisers auch immer genervt heil mich doch nicht hier hoch Clary mann was soll es die clary so höh aber ich bin doch da um zu halten vielleicht ist das so ein bisschen der trick weil guck mal die halten die immer so relativ low life aber trotzdem noch alive das ist wichtig an der geschichte Also mich interessiert wie die den boss so schnell machen weil die trash mobs da haben jetzt nichts so besonderes Haben die die maps da eben einfach so gesammelt? Ich glaube schon oder das wäre money gem making methode hier schon wieder So da haben wir enigma EGMA heißt sie glaube ich Die sieht auf dem kleinen mini icon auch besser aus als im spiel finde ich ehrlich gesagt und so das icon sieht voll nice aus aber so ingame Feier ich die ehrlich gesagt nee sorry queen Alter wie schnell haben die die dann fertig gemacht die die kommt dann noch mal wieder oder? Achso die haben den da kommt doch noch mal ein zweiter oder? Da guck mal hier der alte fiesta pro wusste es doch da ist die hier vom icon her sieht die so cool aus mit den goldenen augen und so ingame vielleicht ist ne? Da war wieder dieser eine masken typ der auf mr special machen weil da ist wieder so ein bovidee Was wir im letzten video gelernt haben in der anderen map können die armbänder droppen Ey so beim zugucken fiesta online ist Ich feier dieses game das sieht so cool aus wie die so diese instanz machen So jetzt haben wir sind so vorbei ich würde sagen der unterschied ist dass sie den boss so schnell erledigt haben bei den trash mobs ist mir nichts aufgefallen Wahrscheinlich hatten die Eine gute combo mit dem joker ice und dem mage der rossin damit dieser eines spurs gar nicht durchkommen Warte mal hatte ich das eben schon gezeigt da habt ihr am anfang noch mal die expeditions gruppe gesehen für die die wirklich ins detail gehen wollen die wirklich gucken wollen Hey was ist da los? Wie schaut das aus ich will mal gucken ob er diese ganzen mats da aufsammeln ich möchte ja ja der sammelt jeder alter fall da guckt ihr das an Und das ist halt fiesta online endgame ist halt die frage ob euch sowas spaß macht oder nicht weil es sieht schon geil aus wie die hier zusammen die ganzen mobs umhauen das hat schon einen coolen vibe Meine kritik daran wäre dass es sehr premium shop lastig ist gerade wenn jetzt auf thema speedrun ausseiten Also braucht ihr mit einem non-sertscher ob ich sie nicht mitmachen Das hier ist full amu full alles einfach full alles einfach cover Allein die cover sind teuer und das muss man auch sagen wie es ist wenn jetzt vier saunen ballert oder neu anfangen wollt Diese cover machen den riesigen unterschied die machen irgendwie 20 prozent damage oder so einfach so was ich total dumm finde ehrlich gesagt aber Die braucht ihr ja sozusagen wenn ihr in anführungszeichen ernsthaft spielen wollen ohne cover ich sei denn nicht seit clary Ich glaube clary ist so ein bisschen die Günstigste klasse nennen sich da braucht jetzt nicht so das krasse übergehen krasse amu sachen und so So also der speedrun trick falls es überhaupt einen gibt oder sagen wir mal besser der unterschied wäre Dass die den boss schneller umlegen weil hier bei den trashmars ist mir jetzt nichts special aufgefallen die sammeln hier die mads können die dann auch wieder schön verkaufen Run up the gems stack up the money Ist lustig dass sie mal den chat ausblenden mit so einem bild also ich verlinke euch von xeno den speedrun unten in der video beschreibung Auch mal in die kommentar sektion schauen kronex war komplett aus dem häuschen weil kronex ist jemand der ist sehr wettbewerbsorientiert Kronex ist jemand der gewinnen möchte ja kronex hat so dieses gefühl hey ich will die number one sein Sprich was jetzt so kronex jeden tag plant und schemed und notiert und durchrechnet mit seinem taschenrechner ist wie kann ich schneller speedrun als xeno Every day all day sitter der sind seinem taschenrechner haben wenn ich vielleicht noch diesen krassen cap luna mitnehmen und diesen einen mage noch tippte er so einen mit dem damage und dem boost und dann drei gladys und so können wir doch besiegen den xeno hier mit seinem speedrun das ist so Das ist so der kronex lifestyle TPPT 21 Ja da könnten wir tp 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 noch drei sekunden raushören Neuer Rekord Ja kronex Dann lass mal sehen hier deinen Speedrun Würde ich einen machen? Nö Mein Mage ist gerade, ich glaube 138, chillt, chillen Chillen like a panda, der chillt In dem Strandresort Hier seht ihr die Expeditionsgruppe Und das Mini-Icon sieht cool aus Doch der Boss überhaupt nicht Digga, was geht Der hier mit seiner Schmuckschatulle Kurz in die Schmuckschatulle reinjumpen Und dann hier kurz ausruhen Ah, das ist die wahre Tainted Queen Agma 145, meine Güte Fiesta Chars können nicht mehr auf das Level Wisst ihr, was mich positiv überrascht? Ich finde, für Sommer spielen viele auf K Sozusagen, ich finde, für Sommer spielen viele auf K Also das hier ist NA, Fiesta Online NA, obviously Leute, alle guten Dinge sind 3 Hier könnt ihr euch das nochmal anschauen Damage dann Na gut Hulkie Wizard Wer ist denn hier Hulkie? Der hat 53 Milliarden oder was da sehen Ist ja die Frage, ist das jetzt das Höchste? Hier scheint es uns zu sein Das war ein Wizard-Zauberer Also die haben Templar Reapers glaube ich Assassiner Scharfschütze Zauberer HK Holy Knight 4 Gladys Spectra Was ist denn Spectra? Wahrscheinlich Lunatica, oder? Ja, probably Lunatica Also wenn ihr das so nachbauen wollt Wir haben hier 4 Gladys Kreuzritter Assassiner Scharfschütze Zauberer Holy Knight Und I guess Luna Wir können es uns dann nochmal anschauen Also finde ich cool solche Speedrun-Geschichten Weil bei Fiesta Online fragen sich viele Was macht man in dem Spiel eigentlich? Wann macht dieses Spiel Spaß? Es ist so ein bisschen Ihr sucht euch so selbst Dass euch Spaß macht Es gibt Leute wie Chronex Die feiern so Instanzen Und möglichst effizient Instanzen machen Leute Ist doch nicht schlecht Dann gibt es andere Die chillen einfach nur in Eldarien Labern ein bisschen rum Dann gibt es manche Leute Die grinden Schleimkaisern Machen nur noch Dailies Es ist immer die Frage Worauf ihr ausseht Das kann sich jeder so ein bisschen selbst auszuholen Das ist ja das cool an dem Game Und Ihr habt sozusagen Also bei Fiesta Online Gibt es sozusagen keine Pflicht Was ihr machen müsst Ihr könnt ja auch mal Zwei Wochen nicht spielen Dann kommt ihr wieder rein Hallo Was geht? Zockt ein paar Instanzen Zockt ein bisschen Schleimkaisern Was weiß ich Diese Haie sehen immer noch lustig aus Mit der Jacke Diese Haie mit der Jacke Irgendwie finde ich die Witze Die Haie mit der Jacke Der Boy findet sie witzig Da ist schon ein Zwischenbos Und jetzt geht es weiter Die Animation sind mal komisch Ja Jibber ist Lunatica Dachte ich mir schon Spectra heißt Lunatica Das ist ja ein bisschen komische Übersetzung Hätte ich gesagt Wacken musste dann der Holy Nerd sein Halki dann der Zauberer Und wenn ihr gerne Instanzen ballert Würde ich euch 100% Zauberer empfehlen Das ist auf jeden Fall besser als Hexenmeister Wie heißt denn dann Hexenmeister Also Wizard Zauberer macht Sinn Boah keine Ahnung Ist auch nicht so wichtig Geiler Speedrun auf jeden Fall Ich verlinke euch das Video von Xedo Und lasst da ein paar Likes da Lasst da ein paar Follow da Wenn ihr jemanden findet wo ihr sagt Ey auf den Fiesta Content Müsstest du mal reacten Der macht geilen Stuff Schreibt es in die Kommentare Ich kann nicht auf anders reacten Manchmal blenden die Leute Komische, unlustige Memes ein Oder so Dann würde ich es tendenziell schon mal nicht machen Aber wenn ihr jemanden findet Wo ihr sagt Der macht coolen Content Der verdient mehr Aufmerksamkeit Schreibt es gerne in die Kommentare Und ich gebe euch ein bisschen Fiesta und ein Cloud Ich bin da ja spendabel in Sachen Cloud Denn ich bin ein Cloud Chaser Der so viel Cloud chaste Dass er auch ein bisschen Cloud abgeben kann Easy So ist das Und nicht anders Freunde Ich hoffe euch hat das Video gefallen Cooler Speedrun Die Trashmaus Wie bereits gesagt Den Boss machen nicht Ihr müsst halt Luna Eis rauf Guess Asser Eis rauf Und Zauberer Drosseln Obviously Dafür braucht ihr das 100er Z Beim Zauber Das ist auch ein bisschen teuer geworden Hier da seht ihr Drosseln Nee Da war der Drosseln Ich glaube gar nicht drauf Ach so Can Holy Night Silence Oder war das Guardian Ich schätze Holy Night Oder Ich bin mir halt nicht sicher Irgendein Klerik kann Silence Auf jeden Fall machen die den Auffallend Schnell Das sieht schon cool aus Wie diese Fiesta Chaser Dieses Boss Monster Und irgendwie Sieht schon witzig Ich finde Fiesta hat so ein Vibe Den kein anderes Spiel irgendwie nachmacht Das ist witzig Hallo Leute 6,41 Der Speedrun der Instanz Chronex Randa Falls du Lust hast Das zu schlagen Ansonsten Leute Wünsche euch viel Spaß Beim Fiesta Zocken Cooles Video Ich verlinke euch Xenos Video Und lasst da ein Follow da Lasst da Was weiß ich da Bis zum nächsten Video Ciao